Erst Mitte Februar wurde es offiziell Orlando Bloom, 42 und 34 sind nach drei Jahren On-Off-Beziehung endlich verlobt. Der Schauspieler stellte die Fragen aller Fragen am Valentinstag, aber will er einen Monat später seine Freundin immer noch heiraten? Diesen Zweifel hat zumindest seine zukünftige Braut. In einem kurzen Clip in ihrer Instagram-Story fragt Katie ihn, bist du dir sicher? Der Grund für ihre Frage, das Couple schaut sich zusammen American Idol an, wo die 34-Jährige als Jurorin viele komische Grimassen schneidet. Ihr Orlando schaut sich dieses Spektakel leicht zweifelnd an. Doch die Sängerin muss sich wohl keine Sorgen machen. Punkt. Erst vor kurzem erklärte sie, sie und Orlando lieben sich, gerade weil sie so gegensätzlich sind. Tipps für Promiflash Einfach E-Mail an, tipps-it-pomiflash.de